Hier möchte ich Ihnen unsere neue Baureihe AQ vorstellen. Das sind Ventile für den automatischen hydraulischen Abgleich. Das bedeutet, wir haben hier einen Volumenschromregler auf engstem Raum in einem Thermostatventil. Das bedeutet, unabhängig vom Differenzdruck habe ich immer einen konstanten, fest eingestellten maximalen Volumenstrom, den ich sehr einfach einstellbar über die Skala an dem Ventileinsatz einstellen kann. Wir haben eine Skalierung, eine Beschriftung von 1 bis 17. Das bedeutet, ich stelle 1 für 10 Liter, 17 für 170 Liter. Einfach direkt, unkompliziert und schnell den tatsächlichen Volumenstrom am Ventil ein und kann mir dann eben sicher sein, dass dieser auch als maximaler Volumenstrom geregelt wird über das Ventil selber. Die Baureihe AQ ist im Grunde so aufgebaut, dass ich sie sowohl für Neubau als auch für Bestand einsetzen kann. Die Baureihe AQ passt als Ventileinsatz in alle Ofentrop Ventilgehäuse, Abbaujahr 99. Das heißt, ich kann auch mit einer Ventilschleuse im Bestand ohne Probleme die Ventiltechnik QTEC diesen Volumenstromregler nachrüsten. Und wie gesagt, die Besonderheit einfach einstellbar. Ich brauche keine Umrechnungstabellen und kann im Grunde einfach und unkompliziert den hydraulischen Abgleich im Bestand als auch im Neubau durchführen. Ofentrop QTEC, in dem Falle die Baureihe AQ, lässt sich ohne Probleme auch bis Differenzdrücke über dem Thermostatventil von 600 Millibar einsetzen, ohne dass wir hier auch im sensiblen Wohnbereich eine Geräuschentwicklung befürchten müssen.